Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich möchte euch heute das Kontaktspray Hub-Wit-Block vorstellen. Wenn es bei euch mal wieder feucht wird, ist es der richtige Partner. Das Hub-Wit-Block ist ein kriechendes Öl. Es legt sich auf die Kontakte und verdrängt das Wasser. Wir haben hier einmal zur besten Dosierung eine Sprühhilfe mit dabei und in der Dose sind 400 Milliliter enthalten. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe hier mal mitgebracht eine Fassung und ein Leuchtmittel. Wir müssen eigentlich nichts anderes machen als 20 bis 30 Zentimeter weg von der Fassung und dann einsprühen. Ja, mit der richtigen 20 Zentimeter, keine nennlichen 20 Zentimeter. Einmal wieder hoch und das Ganze dann auch bei der Fassung. Dann können wir das Ganze einschrauben und als nächstes brauchen wir nur noch Wasser. Da habe ich mal was vorbereitet. Dann brauchen wir natürlich Stopp. Einmal hier einschalten. Und dann einschalten. Bitte Kinder, nicht mehr abmachen. Wir schalten. Das Ganze ein. Wir kommen und tauchen ein und sehen. Keine Fieh kommt. Wir haben auch eine Fieh verbaut. Und wir können die Lampe jetzt schwimmen schicken. Wenn ihr eure Verteilung oder Bauteile der Verteilung beschützen wollt vor Feuchtigkeit und Messe, ist Hubwettblock der richtige Partner dafür. 400 Milliliter in einer Dose. Das hält eine ganze Zeit. Einfach mal beim Großhandel anfragen. Da sollte das eigentlich immer verfügbar sein. Ansonsten sprecht uns gerne an. Was wichtig ist, ihr müsst uns abonnieren und bleiben. Auch wenn euch das Video nicht gefallen hat. Also dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.